Beatrice Egli sprach zum ersten Mal über Nala, das Stiefkind von Florian Silbereisen und Helene Fischer. Heutzutage sind Nachrichten und Informationen über berühmte Stars und Berühmtheiten der Unterhaltungsbranche oft heiße Themen, die die öffentliche Aufmerksamkeit erregen. Eine aktuelle Geschichte, die in der deutschen Unterhaltungsbranche für Aufsehen gesorgt hat, ist die Geschichte von Nala, dem Stiefsohn von Florian Silbereisen und Helene Fischer. In diesem Artikel erfahren wir, wie Beatrice Egli zum ersten Mal über Nala sprach. Beatrice Egli, ein berühmter Star der deutschen Musikindustrie, erzählte kürzlich in einem Interview ehrliche Momente über Nala. Sie öffnete sich und bestätigte, dass Nala das Stiefkind von Florian Silbereisen und Helene Fischer ist. Das schockierte viele Fans, denn bis zu diesem Zeitpunkt waren Informationen über Nalas leiblichen Vater noch nur ein Gerücht und unbestätigt. Im Interview erzählte Beatrice Egli von ihren engen Freundschaften zu Florian Silbereisen und Helene Fischer. Sie behauptet, dass sie von Nala wusste, seit sie ein Baby war, und dass Florian und Helene die Freuden und Verantwortungen, die ihre Erziehung mit sich brachte, teilten. Beatrice selbst hatte unvergessliche Erinnerungen an Nala und war Zeugin der Entwicklung und der Liebe, die ihr von beiden Elternteilen entgegengebracht wurde. Doch Beatrice Eglis öffentliche Äußerungen zu Nala werfen in der Öffentlichkeit auch Fragen zu Privatsphäre und Kinderrechten auf. Über die Veröffentlichung dieser Informationen gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Einige Leute glauben, dass Nala vor übermäßiger Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Presse geschützt werden sollte, während andere argumentieren, dass die Veröffentlichung dieser Informationen Nala dabei helfen könnte, das Bewusstsein und die Akzeptanz ihres Lebens zu fördern. Wenn Beatrice Egli jedoch über Nala spricht, zeigt sie auch Aufrichtigkeit und Respekt gegenüber Florian Silbereisen und Helene Fischer. Sie überlegte sorgfältig, bevor sie diese Informationen weitergab, und wusste, dass dies nicht nur eine private Familienangelegenheit war, sondern auch Teil ihres Lebens und ihrer Arbeit in der Unterhaltungsindustrie. Andererseits wirft die Tatsache, dass Nala zu einem heißen Thema in den Medien wurde, auch Fragen nach der Verantwortung der Presse und der Öffentlichkeit auf. Die Medien haben die Verantwortung, die Privatsphäre und die normale Entwicklung prominenter Kinder zu gewährleisten. Sie müssen sicherstellen, dass Informationen mit Respekt und Aufmerksamkeit für Nalas Gefühle und psychischen Zustand weitergegeben werden. Darüber hinaus muss sich die Öffentlichkeit daran erinnern, dass Nala ein Kind ist und das Recht hat, vor öffentlichem Missbrauch geschützt zu werden. Im Interview erzählte Beatrice Egli auch von der Liebe und Fürsorge, die sowohl Florian Silbereisen als auch Helene Fischer für Nala empfinden. Sie lobte die Bemühungen beider, das Mädchen großzuziehen und sich um sie zu kümmern. Die ist darin, ich glaube, das hat man schon mitbekommen. Und ums Impfen soll es heute auch in dieser Podcast-Folge gehen. Ich hoffe übrigens auch, dass ich auch weiterhin zusammen mit euch auf der Suche nach echt guter Medizin sein kann. Aber bei mir ist beruflich im Moment so krass viel los, dass ich zumindest überlege, mal eine kleine Pause einzulegen. Ich bin da gerade in Gesprächen auch mit Detektor und mit Spektrum der Wissenschaft, weil ich irgendwie so ein bisschen Angst habe, dass ich durch den beruflichen Stress nicht so gut zur Vorbereitung komme. Und dann könnt ja auch die Qualität drunter leiden und das will ich euch auf keinen Fall zumuten. Aber ich schaue mal, ich halte euch auf dem Laufenden und ich hoffe natürlich bis dahin, dass ihr diesen Podcast sehr gerne weiterhört, dass ihr ihn liked, dass ihr ihn teilt, sehr gerne auch bewegt.